Jo Leute, was geht? Freunde, es ist ein schöner Tag in Los Santos und wir werden wieder als Franklin Clinton angerufen und ihr wisst, was es heißt, Leute. Wir haben wieder einen neuen Auftrag. Hallo Herr Donne. Hallo. Sorry, ich meinte natürlich Clint Donne. Du kennst doch noch das große Gebäude in Los Santos. Ja. Ein gewisser Thanos hat sich die Kontrolle über das Gebiet erpresst. Über ein wenig Druck auf ihn aus, indem du seine Fahrzeuge klaust. Nimm mindestens drei Fahrzeuge mit. Viel Glück. Okay. Also ihr habt es gehört, Leute. Der mysteriöse Anrufer will, dass wir auf das große Gebäude in GTA 5 gehen, Leute. Wo auch immer diese Wasserrutsche abgeht. Und da, Freunde, hat angeblich Thanos dieses Gebäude jetzt unter Kontrolle genommen. Ehrlich gesagt kann ich das schon ziemlich verstehen, weil das ist das größte Gebäude in der ganzen Stadt. Und ihr wisst, Leute, Thanos braucht ein Königreich und ich denke, das Gebäude dient definitiv Thanos als Königreich. Und wir müssen uns jetzt auf den Weg machen, Leute, und die Fahrzeuge von Thanos holen, um ein bisschen Druck auf ihn auszuüben, Leute. Damit er vielleicht ein bisschen verhandelt, dass er doch die Kontrolle des Fahrzeugs wieder in den Händen von der Stadt oder von Franklin, dem Septilia, der wieder gibt. Auf jeden Fall lasst gerne, Leute, ein Like da, wenn euch das Video gefällt und wer denn mehr davon sehen wollt. Und, Freunde, vergesst natürlich nicht, auf den Abo-Button zu smashen, zu hämmern, zu zerstören, Freunde. Damit wir bald die eine Million Abos auf diesem Kanal schaffen. Dankeschön, Leute, für eure Unterstützung. Und, Leute, übrigens bin ich jetzt wieder live auf Twitch, Leute. Die Wasserrutschen-Weltmeisterschaft in GTA 5 geht in die finale Runde. Wenn ihr es verpasst habt, Leute, checkt twitch.tv-idzock aus und kommt heute rein. Wir werden nämlich das Finale der Wasserrutsche auf diesem Gebäude machen. Und glaubt mir, es war einfach unfassbar spannend. Deswegen kommt gerne nach dem Video in den Twitch-Stream rein in GTA 5. So, wow, Alter, warum ist jetzt... Alter, hier ist ja... Hier ist ja eine riesige Massenpanik. Ich glaub, Thanos hat hier irgendwie Chaos verursacht. Ja, mein Spiel ist... Mein Spiel ist gecrasht. Ja, danke. Dankeschön, GTA. Okay, dann machen wir uns heute wieder auf die tausenden Stufen, die tausenden Etagen mit dem Auto hochzufahren, Leute. Es ist einfach unfassbar lang. Aber ja, ich denke, wir fahren das Gebäude einfach mal easy hoch. 2.000 Jahre später. So, okay. Wir sind jetzt also angekommen, Leute. Hier oben. Und ich bin ehrlich, Leute. Wir müssen wirklich vorsichtig sein. Weil wenn Thanos dieses Gebäude gehört, kann ich mir durchaus vorstellen, dass er gleich hier oben sein wird. Und jo, was ist das? Bird Gang? Ich kenn dieses Meme nicht, aber... Gut, Leute. Wir haben hier einige Graffiti-Easter-Eggs. Und ich glaube, Leute, wir schauen uns mal das Ganze hier von, äh, von der Handy-Perspektive an. So. Äh, 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 Frenkel, pack mal dein Handy aus. Oh mein Gott. Leute, Alter, hier sind voll viele lila Fahrzeuge. Voll viele Thanos-Fahrzeuge, Freunde. Wir haben ein Kipplaster. Was ist das denn für ein Fahrzeug? Da haben wir noch so ein Panzer, Leute. Ich weiß nicht, was das da hinten ist. Alter, hier sind voll viele Fahrzeuge. Weißt du was? Wir gehen einfach mal auf die Wasserrutsche von oben. Können wir, denke ich, alle Autos sehen, die Thanos auf diesem Gebäude drauf hat. Ähm, okay. Äh, ich glaube, das war doch nicht so eine gute Idee. Obwohl doch, Leute. Von hier aus kann man was sehen. Okay. Also, wir sehen, da ist ein... Da sind mehrere Fahrzeuge, Leute. Ich glaube, ich sehe ein Motorrad, dann Monster Truck, ein anderes Fahrzeug. Und ich habe keine Ahnung, Leute. Aber es sind so viele Fahrzeuge. Und wir müssen mindestens drei dieser Fahrzeuge sichern. Deswegen würde ich sagen, Franklin, weißt du was? Wir machen uns mal auf den Weg. Aber erst mal durch die Wasserrutsche, Leute. Let's go. Woo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow, Junge, das ist schnell. Wow. Okay, Franklin, alles fresh. Puh. Alles super. Okay. Das war ultra unauffällig, muss ich zugeben. Aber ich sehe bisher noch keinen Thanos. Also, Thanos bisher noch nicht gesehen, muss man sagen. Deswegen würde ich sagen, solange wir ihn nicht sehen, können wir doch eigentlich direkt das erste Fahrzeug nehmen. Und für welchem... Alter, was rede ich da, Leute? Zwischen welchem Fahrzeug werden wir uns jetzt entscheiden? So, hier ist irgendwie eine gewisse Leere. Leute, ich glaube, ich sehe ihn da rechts neben der Palme. Ich glaube, das ist er. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen, Leute, erstmal in dieses Fahrzeug rein. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Monster ist, Leute. Dieser LKW. Okay, das Ding hat einfach alles Mögliche. Es hat einfach so Auspuffe. Dann hat es hier... Ich glaube, wir nehmen einfach mal das Fahrzeug zuerst. Hoffentlich merkt es Thanos nicht. So, Franklin. Ganz einfach. Okay. Oh, oh. Oh, oh. So, wir fahren... Oh, mein Gott, ist das Ding laut. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Warte. Los, los, los. Franklin. Los, los. Fahren, wir fahren, wir fahren, wir fahren, wir fahren, wir fahren. Kein Thema. Ich habe gar keinen Bock. Ich haue ab. Ich haue ab. Kann ich hier raus? Äh, Thanos ist hier. Komm schon. Fahr, fahr, fahr. Nein, 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 nein. Beeil dich. Beeil dich, Thanos. Ich habe es nicht so... Oh, nein, nein, nein. Das ist ein Benzintank. Jetzt brennt das Fahrzeug. Nein, nein. Das Ding ist doch unzerstörbar. Thanos, ich habe es nicht so gemeint. Ich wollte dich nicht zerstören. Hier. Wir haben einen grünen Flammenwerfer. Das Ding hat einen Flammenwerfer. Wie? Was ist das denn für ein geiles Teil? Okay. Ich haue ab, Thanos. Auf Wiedersehen. Ich bin dann mal weg. Yo. Wow. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wow, er wirft Fahrzeuge nach mir. Nein. Nein. Ich kann es nicht bewegen. Nein. Weg hier. Thanos, verschwinde. Verschwinde. Was? Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Ich gehe wieder. Ich, 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 ich lasse in Ruhe, Thanos. Oh, mein Gott. Was? Was, 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 was? 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 Was war das? Ich glaube, so müssen wir nicht... Ich glaube, wir müssen eine andere Taktik wählen. Okay, Leute. Wir machen jetzt erst mal eine andere Taktik. Und zwar die sogenannte Sneaky-Taktik. Wir verstecken uns, Leute, hinter Büschen. Und werden dann ganz heimlich das Fahrzeug von Thanos stehlen. Und ich glaube, der steht da immer noch Deswegen, Leute, wir nehmen einfach diesen Tunnel Denn ja, Leute, hier ist einfach ein Tunnel versteckt Da können wir durchlaufen Und ich denke, wir werden dann auf der Poolseite rauskommen Wenn wir durch diesen Tunnel laufen Hoffentlich kriegen wir dann wenigstens ein Fahrzeug Wir müssen, Leute, drei Fahrzeuge kriegen, damit die Mission abgeschlossen ist Das erste Fahrzeug hat leider nicht funktioniert Aber man muss auch sagen, das Ding steuert sich auch ziemlich schlecht Das ist sehr unbeweglich Ich denke, mit den anderen Fahrzeugen werden wir da deutlich mehr Glück haben Oh, also nicht mit dem Kipplaster Nicht mit dem Kipplaster Das Ding wird, das ist so langsam, das Teil Wir schauen mal nach Okay, Thanos ist da hinter dem, hinter dem, welchen Wagen ist das, Leute? Ist das ein Muss? Was ist das? Oh mein Gott, Leute, das ist ein Camaro Thanos hat einen eigenen Camaro? Der soll sich mal gönnen, Alter Okay, hier ist ein Motorrad Okay, Leute, ich würde sagen, Plan A, wir nehmen, äh, Plan B Plan A ist, glaube ich, äh, dass wir einfach versuchen zu entkommen Plan B ist, wir nehmen erstmal dieses Motorrad Und es ist ein sehr, sehr leises Motorrad Wir müssen ganz, ganz leise und vorsichtig sein, Franklin Ordentlich entdeckt er uns nicht Ganz ruhig, ganz ruhig, Franklin So, ich glaube, der sieht uns auch nicht Okay So Oh mein Gott Das Ding ist zum Glück leise Alles klar, Leute Wir machen folgenden Plan, Leute Wir warten darauf ab, bis Thanos abgelenkt ist Dass er sich umdreht Und dann fahren wir diese Rampe runter Und fahren das Teil zu Franklin Okay, Leute Thanos steht da Ganz leise Ganz leise, mein Freund Keine lauten Geräusche Sieht er uns? Nee Alles easy, Leute So Und jetzt weg hier Weg hier, Leute Huh Wir haben das erste Motorrad, Leute Das erste Motorrad haben wir uns gesichert Kriege ich das Ding irgendwie geflogen? Ich bin kein Stunter Ich weiß nicht, wie das geht Okay Wow Wow Okay So Leute Wir haben das erste Fahrzeug Und das würde ich sagen Bringen wir mal direkt Zu Franklins nach Hause Hoffentlich funktioniert alles So Einfacher geht's nicht, Leute Erstes Fahrzeug gesichert, würde ich sagen So Dann holen wir uns mal als nächstes ein weiteres Fahrzeug Und dazu steige ich mal mit dem Motorrad rauf Ich denke, Thanos wird schon ein bisschen verärgert sein Wenn er merkt, dass sein Motorrad weg ist Okay, Leute So Wie machen wir das jetzt als nächstes? Ich glaube Oh mein Gott Ich muss mir die anderen Autos mal anschauen So Stellen wir das Teil mal hier ab Ich glaube, das sieht man nicht Doch Man sieht es Es ist sehr, sehr auffällig Boah Was ist das für ein Wagen, Leute? Vor allem diese Felgen Junge Das ist ja mal ultra das geile Fahrzeug Warte mal kurz Ist das das Batmobil? Warum hat Thanos ein Batmobil? Der hat einfach ein eigenes Thanos-Mobil erschaffen Lol, Freunde Das sieht ja übelst cool aus Ich meine, es ist das Batmobil Also man muss erwarten, dass das ziemlich cool aussieht Aber Thanos hat sich von Batman einfach das Batmobil gegönnt Und umlackieren lassen Und dann haben wir, Leute, auch diesen Camaro Puh Ich würde sagen, Leute Wir steigen da mal ein Und dann versuchen wir mal da rauszufahren Aber ich möchte mir auch dieses Interieur mal gönnen Von diesem Wagen Weil der sieht sehr Ui Der sieht nice aus Ich meine, ist natürlich Nicht allzu spektakulär Aber sieht trotzdem sehr, sehr nice aus Würde ich sagen So, wo ist denn Thanos, Leute? Ich sehe ihn nicht Ich glaube, Thanos ist gerade nicht hier Dann fliehen wir einfach mal hier Ey, das ist so cool mit dieser Riesenrampe Hoffentlich kriegen wir das Ding gelandet Und hoffentlich explodiert das Fahrzeug nicht Aber bisher sieht es ganz gut aus Sieht er Sieht ganz gut aus Oh, so Boah, das war ganz knapp Ganz knapp, junge Lady Tut mir leid Boah, der sieht ja nice aus, Leute Okay, das zweite Fahrzeug wird dann, glaube ich, auch uns gehören Und dann müssen wir nur noch ein Fahrzeug sammeln, Leute Das eine Fahrzeug Und dann haben wir die Mission, Leute Ein für alle Mal geschafft Oh, Junge Aber ich brauche dieses krasse Fahrzeug Ich muss diesen Diesen Monster Truck holen So Okay Wir haben das Teil jetzt geholt Und wisst ihr was, Leute? Diesen Monster Truck Ich versuche den Jetzt dieses Mal Mit einem Cargo Bob zu holen Boah Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich Was ist das für eine dumme Idee, die du wieder hast? Warum nimmst du einen Cargo Bob? Leute, hört mir mal zu Ich weiß Das Ding ist laut Ihr hört es Es ist extrem laut Aber man kann damit auch sehr schnell Sehr sicher abhauen Glaube ich Zumindest Vielleicht, Leute Wir werden mal sehen Hoffentlich ist Thanos immer noch nicht da Sollen wir mal versuchen den Kipplaster Komm Wir nehmen mal den Kipplaster Vielleicht funktioniert das Okay, Leute Ich hole das Teil Ey, das wird niemals klappen Niemals Oh mein Gott Thanos ist da Ähm, okay Kipplaster kriegen wir nicht Oh, wir nehmen das andere Fahrzeug, Leute Das sieht doch nice aus Nehmen wir das mal mit Komm schon Ja, es ist angedockt Und jetzt hauen wir ab Hoffentlich klappt das Oh Oh mein Gott Oh Wow What Wo sind wir denn jetzt? Was ist jetzt passiert? Hallo? Oh mein Gott Äh, äh, Leute Ich, äh Glaub, wir haben ein großes Problem Irgendwie ist was kaputt Ähm Ich, glaub, Leute Ich muss das Spiel Wow Ich muss das Spiel, glaube ich, neu starten, oder? Oh mein Gott I Oh What? Leute Wir sind unsichtbar Oh mein Gott Was ist mit mir passiert? Warum bin ich unsichtbar? Hilfe 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 Ich seh gar nichts Franklin Alles gut Oh mein Gott Thanos Nein Äh Äh, Leute Ist geil Oh, dieser Sound, Leute Gönnt euch mal den Sound Okay Nice Wo ist Thanos, Leute? Ich versuche, ihn zu überfahren Wo ist er? Da ist er, Leute Thanos Oh Okay Thanos Auf Wiedersehen Ich hau ab Weg jetzt Franklin weg, weg, weg Bevor der aufsteht Ich glaub, der ist bewusstlos Na los Nein Das Ding ist zu klein Äh, zu groß Für die Rampe Da komm ich nicht hoch Na los Hau ab Yes Wow Yes, Leute Oh mein Gott Oh mein Gott Okay Wir fliegen Ich fliege Komm, wir machen mal ein Rückwärts-Alto Nicht gute Idee Aber es hat geklappt Wow Wow Alter, okay So Jetzt fahre ich das Teil Wow Alter Junge Das Ding ist ja übelst geil Stellt euch mal vor Thanos Hä? Hier ist das andere Auto Leute Hier ist einfach das andere Fahrzeug Das wir verloren haben Es steht immer noch da Wie cool Stellt euch jetzt mal vor Thanos kommt in Fast and Furious Als Crossover Mit dem Wagen an Thanos Let's go Geht zu Fast and Furious In den Film rein Tut mir leid, wir haben geschlossen Ja, kein Problem Ich brauche jetzt nichts Ich habe alle Autos, die ich brauche Okay Drei Fahrzeuge, Freunde Sind gesichert Und Mission abgeschlossen So, wir haben drei Thanos-Fahrzeuge gesichert Es sind noch einige mehr, Leute Also Ich glaube aber nicht, dass wir es schaffen können Weil vielleicht findet er unsere Adresse heraus Ich muss mich verstecken, Leute Ich muss mich verstecken, bevor er unsere Adresse rausfindet Wobei, die Autos stehen draußen Ich bin so dumm Okay, Leute Ich würde damit sagen Wir beenden damit die Episode Ich versuche, dieses Faktor jetzt so schnell wie möglich loszuwerden und zu verkaufen In dem Sinne, lasst gerne ein Like da Kommt jetzt gerne, Leute, auf Twitch vorbei Wir machen jetzt die Weltmeisterschaft im Rutschen, Leute In GTA 5 Deswegen kommt jetzt rein, Leute Auf twitch.tv Checkt gerne ein neues Video aus Und lasst gerne ein Abo da Lasst ein Like da Wir sehen uns im nächsten Video Bei die Zuckers Haus Auf rein von uns Ciao